Also Leute, unser Zupferd ist morgen Vormittag. Wo sollen wir denn heute Nacht schlafen? Was meinst du mit schlafen? Schlafen können wir natürlich morgen wieder, Mann. Was Besseres hätte uns gar nicht passieren können. Wir sind doch in Amsterdam. Das ist die Drogen- und Sexhauptstadt Europas. Seht euch das an. Club Vandersax. Im Rotlichtdistrikt der heißeste Sexclub. Das müssen wir uns ansehen. Wer kommt mit? Hier, ich. Bitte, wenn sonst keiner von euch mitgehen will, dann gehe ich eben ganz allein. Hier habe ich ganz bestimmt meinen Wagen geparkt. Hallo. Willkommen im Club Vandersax. Amsterdams berauschender erotischer Club. Hier werden dir alle erotischen Fantasien liebevoll erfüllt. Hier steht, mit Flyer kriege ich umsonst ein T-Shirt. Er ist Amerikaner. Traurig, dass du in einem Land aufgewachsen bist, das von prüden Spießern gegründet wurde. Ein Land regiert von Verbrechen und Unwissenheit. Ein Land, in dem ein Mann gezwungenermaßen nur eine Frau ins Bett mitnehmen darf und die muss der Arme auch vorher noch nach ihrem Namen fragen. Ja, richtig furchtbar ist das. Ja, ich weiß. Aber wenn du willst, dann kommst du jetzt mit, ja? Und dann kann der Vandersax beginnen. Und manchmal, da haben wir Klienten, die sind so überwältigt von der Freude, dass sie manchmal schreien, nein. Eigentlich meinen sie damit aber ja. Und deswegen haben wir das Sicherheitswort. Sicherheitswort? Sollte womöglich die Ekstase zu weit getrieben werden, dann sagst du einfach das Sicherheitswort. Sagst du uns nicht das Sicherheitswort, dann werden wir nicht aufhören. Ja gut, aufhören, alles klar. Wir fangen ganz langsam an. Und wir verwöhnen dich mit einem süßen, kleinen, geilen, erotischen Vorspiel. Oh, wie schön. Ja, das ist toll. Und jetzt Wendersex! Hans, Gruber! Hi. Tja, ich hätte ganz gern mit den Mädchen. Zu Beginn kriegt er gleich die Hoden klammern. Was? Hey! Eins, zwei, drei, vier, warum bin ich hier? Fünf, sechs, mit einem Punkt. Zeig mir deine ganze Macht. Sicherheitswort. Bange, großer, starker Mann. Was ist das denn? Das ist kein Wort, das ist... Fluten, Kinkchen, kein... Fluten... Au, au, au! 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 Au, au, au! Flugengirchen holen! Sagtest du gerade Flugengirchheimchen? Ja, ja, das habe ich gerade gesagt. Flugengirchheimchen. Bist du ganz sicher? Ja, bitte. Wie du wünschst. Bringt sofort das Flugengirchheimen! Was? Was? Nein, 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 nein. Ich habe nicht gesagt Flugengirchheimchen. Flugengirchheim. Flugengirchheim. Was hast du heute Nacht gemacht? Ich, ich will nicht darüber reden.